Down, Set, Short. Die Los Angeles Rams gewinnen den Superbowl 56 mit 23 zu 20 gegen die Cincinnati Bengals. Ihr hört eine neue Folge Down, Set, Short. Ich bin vor fünf Minuten aufgestanden und Adrian Franke wird wahrscheinlich fünf Minuten nach der Aufnahme ins Bett gehen, richtig? Einen wunderschönen guten Tag, ja. Das ist auf jeden Fall der feste Plan. Dafür klinge ich jetzt fitter als du. Oh, ja, ja, ja. Ich hab mir gerade noch schnell einen Kaffee gemacht, weil, muss, muss, sonst schaff ich diese ... Selbst wenn's eine Short-the-Short-Folge ist, das schaff ich einfach nicht. Das schaff ich einfach nicht. Adrian, mit was für einem Gefühl bist du aus diesem Superbowl rausgegangen? Ähm, ich würde sagen, so eine Mischung aus ... Das Spiel war nicht hochklassig. Ich weiß nicht, wir haben jetzt noch gar nicht geredet vorher. Wir haben überhaupt noch keine Ahnung von den Takes des anderen. Das Spiel war nicht hochklassig, fand ich. Es hat von der Spannung gelebt. Das war so ein typisches Spiel, was von der Spannung gelebt hat. Ich bin aus dem Spiel rausgegangen mit dem Gedanken im Kopf, wir haben in diesen Playoffs deutlich bessere Spiele gesehen als dieses. Auf der anderen Seite, aber haben die Leute, von denen wir's erwartet haben, dieses Spiel trotzdem geprägt? Es war, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich das Spiel, was wir erwartet haben. Mit ein paar Ausnahmen natürlich. Und vor allem, natürlich war es nicht das schönste Spiel und das unterhaltsamste oder hochklassigste Spiel der Playoffs. Weil wann ist der Superbowl wirklich mal das hochklassigste Spiel? Also das kommt ja, kam schon vor, aber nach dem, was wir da vor allem in der Divisional Round gesehen haben, ist es natürlich auch schwierig zu toppen. Und vor allem ist es dann halt der Superbowl. Alle sind irgendwie ein bisschen nervöser und da klappt dann vieles nicht. Aber letztendlich, wie du schon sagst, also am Ende war Aaron Donald, der das Spiel geklincht hat. Am Ende war es Cooper Cup, der irgendwie im entscheidenden Drive dann plötzlich da war und die Rams gerettet hat. Es war OBJ bis zu seiner Verletzung. Es waren die Big Plays über Higgins, über Chase. Also irgendwo war es schon das Spiel, was wir erwartet haben. Und Fun Fact, wusstest du, dass Downset Talk eigentlich das Ergebnis vorhergesagt hat? Mehr oder weniger? Nee, was hast du denn getippt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn man meinen Bengals-Tipp und deinen Rams-Tipp nimmt, dann haben wir das richtige Ergebnis. Ja, ja. Oder? Also ich hatte 23,17 für die Rams, ja. Genau, und ich hatte 27,20. Ah, gut. Also irgendwie haben wir es prophezeit. Kombiniert, wird kombiniert. Naja, aber wo wollen wir anfangen? Also letztendlich haben die Rams gewonnen zu Hause im SoFi Stadium. Der große Favorit, wenn man so sagen kann, das Team, was wirklich darauf ausgelegt war, ja, diesen Superbowl dann auch zu gewinnen. Sie haben es geschafft. Ich bin am Ende wirklich, also ja, ich habe auf die Rams getippt, deswegen war ich froh, dass das dann letztendlich auch geklappt hat. Aber ich bin vor allem mit einem sehr, ja, guten Gefühl da letztendlich rausgegangen. Weil auf der einen Seite, wir sprechen nachher nochmal ein bisschen darüber, wie es so für die Zukunft aussieht, für die beiden Teams. Aber ich hatte so das Gefühl, ja, die Bengals, junges Team, überragend, was die erreicht haben. Niemand hat damit gerechnet, dass sie überhaupt so weit kommen. Das war eine ganz, ganz starke Saison. Aber für die geht es ja jetzt gefühlt gerade erst los. Und auf der anderen Seite gönne ich es wirklich ganz vielen Rams-Spielern, dass Aaron Donald da am Ende wirklich nochmal so einen Impact hatte. Also, dass Matthew Stafford seinen Superbowl gewinnt, nachdem er wirklich sich so lange da in Detroit irgendwie, dass er da so lange rumkrebsen musste. Das OBJ, also was ist das denn für eine fast geskripte Storyline gewesen, ja. Wechselt zu den Rams, blüht da richtig auf, hat einen riesen Impact in den ersten anderthalb Vierteln. Verletzt sich dann wirklich ein, also der Arme, das tat einem ja so wahnsinnig leid, wie er da an der Seitenlinie stand und aussah wie ... Ein häufiger Elend. Weiß ich nicht. Ja, wie ein häufiger Elend, als hätte er vier Tage lang durchgeheult. Wirklich, das hat einem ja das Herz gebrochen, dass der am Ende den Superbowl gewinnt, dass Sean McVay seinen Superbowl gewinnt. Also, ich bin am Ende mit so einem Gefühl so, ja, ich gönn's den Rams total. Mit so einem Gefühl bin ich da rausgegangen. Ja, hatte ich den Eindruck, dass das vielen, die jetzt natürlich nicht Bengals-Fans sind, aber das war so mein Eindruck, das war so ein bisschen der Vibe auf Social Media auch, von dem, was ich in meiner Bubble mitgekriegt hab. Ich bin, also, du wirst mal ein bisschen aufs Sportliche drehen, ich bin mit drei Punkte für mich prägendes Spiel. Das ist einmal der Passrush der Rams, der hat das Spiel gewonnen, in meinen Augen. Wir haben da natürlich auch viel drüber gesprochen gehabt, das war das offensichtliche Mismatch. Und auch wenn's, es hat ein bisschen gedauert, ne? Ich wollt grad sagen. Genau, erste Halbzeit war noch nicht so der Impact, den man erwartet hatte. Eigentlich, also deutlich weniger sogar, würd ich sagen. Ja. Aber dann, dann kam's immer mehr. Ja. Entschuldigung, es war, ähm, es war wie Bleigießen. Du hast, äh, wer sich daran noch erinnert, du hast das Blei auf deinem Löffel, es passiert erstmal nichts. So, das Blei bleibt resistent. Und dann gibt's so einen Punkt, wo's immer flüssiger wird. Und diese Offensive Line der Bengals ist immer weiter auseinandergebrochen. Ich hatte das Gefühl, von Play zu Play, von Drive zu Drive, kann die weniger für Protection sorgen. Und ganz am Ende, also die letzten Drives, da kam ja von den Bengals gar nichts mehr, weil Joe, also, von Miller und Aaron Donald sind da ja durchgepflügt. Ja. Also, das war ja für die, das war ja ein absolut leichtes, da durchzukommen. Und das hat sich immer mehr gesteigert und dann ist es am Ende in dem letzten Play gegipfelt, sozusagen. Genau, und ich würd auch sagen, mein Eindruck war auch, dass sie dann wirklich bewusst ein paar Dinge umgestellt haben, die Rams. Unter anderem, dass sie eben angefangen haben, häufiger eine Seite der Protection zu überladen, also drei gegen drei zu stellen auf einer Seite der Protection. Zum Beispiel auf der linken Seite der Line steht gegenüber vom Center Left Guard und Left Tackle steht ein Spieler, also ein Passrusher. Und dann haben sie entweder auf der anderen Seite jeweils dann einen isoliert gelassen, einen Rusher. Also, dass sie gesagt haben, hier ist dann Von Miller eins gegen eins gegen den Right Tackle oder wie auch immer. Und manchmal haben sie halt auch wirklich noch den Blitzer dann durch die Mitte gebracht als fünften Rusher. Am Ende vom Spiel hatten die Bengals eine Passblock-Win-Rate von 18 Prozent. Das ist so eine schlechte Quote, hatte kein Team in irgendeinem Spiel in dieser Saison. Also, es war gewissermaßen nach Passblock-Win-Rate, war es die schlechteste Passblock-Spiele, das wir in dieser Saison gesehen haben. Die Rams haben ja auch den Super Bowl-Sack-Rekord eingestellt mit den sieben Sacks. Und das, obwohl, muss man ja auch noch sagen, obwohl Burrow den Ball in keinem Spiel dieser Saison schneller losgeworden ist, als jetzt im Super Bowl. Was ich gerade noch sagen wollte, habe ich direkt schon wieder vergessen, weil mein Hirn einfach noch nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ach so, genau, dass halt diese schlechte Quote ja vor allem dann aber durch die zweite Hälfte entstanden ist. In der ersten Hälfte kann die ja noch gar nicht so schlecht gewesen sein. Und in der zweiten Halbzeit ist es einfach, die Bengals hatten, sind furios gestartet mit diesem ersten Play of Tee Higgins. Über das können wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen, weil also in meinen Augen muss das eine Strafe sein. Und dann direkt die Interception hinterher, für die Matthew Stafford überhaupt nichts kann. Und sowas passiert einfach super unglücklich. Und plötzlich hast du das Gefühl, okay, die Bengals machen das, was sie mit den Chiefs gemacht haben und bringen das jetzt in der zweiten Hälfte nach Hause. Aber danach kam ja fast gar nichts mehr. Ja, aber es war wirklich, also die Rams haben bewusst Dinge umgestellt. Zum einen eben das, was ich gerade gesagt habe, dieses Überladen einer Seite der Protection. Dann haben sie auch deutlich mehr geblitzt in der zweiten Halbzeit. Das war auch auffällig. Und das war ja auch was, worüber wir gesprochen hatten in unserer Preview eben. Dieses, wenn sie fünf Rusher wirklich gegenüber den fünf Blockern stellen, dass sie die nicht immer alle bringen. Also, dass dann immer wieder auch einer, gerade einer der Outside Linebacker in aller Regel, dann rausdroppt in Coverage irgendwie. Aber sie haben dann mehr und mehr wirklich auch fünf gebracht in der zweiten Hälfte. Und das hatte einen merklichen Effekt. Und die Bengals kamen damit an irgendeinem Punkt nicht mehr zurecht. Sie haben am Anfang versucht, noch mehr mit dem Quick Game aus der Shotgun, aus Spread aus so ein bisschen zu arbeiten. Hatten so ein bisschen Probleme damit, einen Rhythmus zu finden. Aber dann eben, das, was du gerade eben kurz angedeutet hast, der Eindruck ist genau richtig. Die Bengals hatten, wenn man jetzt Neodowns und sowas nicht mit einberechnet, auf die gesamte Saison gesehen, hatten die Bengals keine fünf aufeinanderfolgenden Drives ohne Punkte. Also, sie hatten niemals fünf aufeinanderfolgende Drives ohne Punkte. Und die letzten fünf Drives im Super Bowl waren Punt, 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 Punt und Turnover und Downs. Und bei drei dieser fünf Drives haben sie nicht mehr als fünf Jarts Raumgewinn eingebracht. Und also hätten sie, na klar, ist ja eine simple Rechnung, ein bisschen vereinfacht gesagt, hätten sie bei einem dieser Drives gepunktet, dann wäre es zumindest in die Overtime gegangen. Aber genau das war eben die Phase, in der die Rams mit dem Passrush, einmal mit der individuellen Qualität und mit den Sachen, die sie angepasst haben, einen extrem engen Zugriff auf das Spiel gekriegt haben. Und ja, Bengals, du hast gesagt, sie kamen hier super aus der Pause eigentlich mit dem 75-Jahr-Touchdown, der eine Facemask war, ganz klar. Das muss man ja nochmal erwähnen. Und dann kriegen sie auch noch die Interception direkt danach von den Rams, machen da zehn Punkte zum Start und ja, und dann aber konnten sie das einfach, das Mismatch, das, worüber wir die ganze Zeit vorher gesprochen hatten, das war dann einfach zu groß. Ja, mal wieder ein schöner Beweis dafür, ja, es gibt Momentum, aber es bringt dir letztendlich relativ wenig, weil du konntest in dem Moment nicht mehr Momentum haben als die Bengals zum Start der zweiten Halbzeit. Was ist so dein nächster großer Takeaway? Ähm, Sean McVay, ehrlicherweise. Sean McVay, wenn die Rams das verloren hätten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich hier sitzen und ziemlich auf Sean McVay einschlagen. Ähm, weil ich fand, also zum einen, vielleicht um es mal mit einem positiven Take einzusteigen, die Bengals' Defense hat ihren Teil der Gleichung gehalten. Ähm, gerade an der Line of Scrimmage war das richtig stark, was die da gezeigt haben. Besser als ich erwartet hätte. Ja, wirklich besser. Eigentlich hätten wir ja gesagt, ja, Line of Scrimmage, klar, Defense nochmal deutlich mehr, aber es sollte eigentlich auf beiden Seiten des Balls an die Rams. Und offensiv war das nicht der Fall. Und umso verheerender fand ich es, wie krass McVay am Run-Game festgehalten hat. Das war, also selbst für seine Verhältnisse, und wir haben ja bei McVay ja da schon häufig auch drüber gesprochen. Er ist ein Coach, der auch da so ein bisschen die Tendenz hat, stur zu sein. Aber selbst für seine Verhältnisse war das, ähm, extrem. Und das war in meinen Augen ein maßgeblicher Grund dafür, dass obwohl die Bengals' Offens ja an irgendeinem Punkt des Spiels eben, du hast gesagt, gar nichts mehr gemacht hat, die Rams das Spiel nicht klar machen konnten. Beziehungsweise noch lange dann auch noch zurücklagen in der zweiten Halbzeit. Ähm, und ich frag mich ein bisschen, ob er nach der Backcamp-Verletzung Angst hatte, zu viel im Passspiel zu versuchen, weil er vielleicht auch nicht den Eindruck hatte, dass die Receiver außerhalb von Cup irgendwie zu viel kreieren. Du hast halt direkt auch mit dem, mit der Interception auf Skowronek, hast halt nicht direkt das beste Gefühl wahrscheinlich. Genau, ich glaub, das kann auch ein Faktor schon auch gewesen sein. Dann kam noch ein Zirkus-Catch hinterher von Skowronek, wo er zwar ewig Zeit hat, aber hier ding, 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 da den Ball jongliert. Ja, das war dann eben, das war mal Ben Skowronek und der vierte Tidant, so nach dem Motto, die dann wirklich Hopkins, die dann da Plays machen mussten. Und kann ich schon ein Stück weit verstehen, dass du dann sagst, naja, wir müssen vielleicht ein bisschen umdenken. Aber die Art und Weise, wie McVade es dann versucht hat zu lösen, wo es halt nachweislich nicht funktioniert hat, das fand ich schon eklatant. Ich hab da auch noch ein, zwei Zahlen dazu. Die Rams sind jetzt eines von vier Teams über die letzten sechs Jahre, laut Next-Gen-Stats, die mit 18 Carries eine Rushing-Success-Rate von genau 0,0 Prozent hatten. Die ersten 18 Runs in dem Spiel haben nach EPA kein, war kein positiver Run dabei. Und ich mein, das kann mir auch Total-Stats aussehen, die hatten am Ende 1,9 Yards pro Run. Und der beste Run war wahrscheinlich der von Cooper Cup beim Fort Down, wo er das First auch noch rettet. Das hat gar nicht funktioniert und trotzdem halt McVay ist da immer wieder mit dem Kopf durch die Wand oder hat's versucht. Und das, also, ne, da spricht übermorgen niemand mehr drüber, ist klar, weil sie haben den Super Bowl gewonnen. Aber das war so was, ich glaub, wenn das Spiel dann am Ende in eine andere Richtung einschlägt, dann, ähm, dann reden wir da nochmal deutlich anders drüber. Und ich glaub, es war halt, wie gesagt, auch ein Grund, warum's so lange dann doch so eng war. Ich möchte ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, ich geh da natürlich komplett mit. Letztendlich muss ich auch selber zugeben, dass das einer meiner schlechtesten Takes diese Saison war. Ich hatte viele gute X-Faktoren in den Playoffs auch. Äh, Cam Akers und das Run-Game der Rams, das war, das war nix. Ich möchte es schon mal gewähren, aber insofern ein bisschen in Schutz nehmen, dass er halt auf der anderen Seite auch vieles dann doch noch gut gemacht hat, wenn ich vor allem an die ersten beiden Touchdowns denke. Ähm, gerade der zweite auf Cooper Cup. Und offensichtlich hat er die, die rechte, aus Rams nicht, die rechte Seite des Spielfelds als Schwachpunkt irgendwie ausgemacht. Beide Touchdowns kamen von Receivern, die von innen nach außen gegangen sind. Und das hat er offensichtlich als Schwachstelle ausgemacht und hat das attackiert. Natürlich, Matthew Stafford mit vor allem der Pass auf OBJ richtig, richtig gut. Ähm, und dann, finde ich, hat Matthew Stafford, auch nachdem er so ein bisschen angeschlagen war, hat ja was am Knöchel abbekommen, waren dann auch ein paar Würfe dabei, die so ein bisschen, ja, über die Köpfe gesegelt sind. Also, ich finde, gerade im Passspiel hat er aber auch wieder gute Plays gecallt, viele offene Receiver kreieren können. Ja, dass er dann immer weiter versucht, da am Run festzuhalten, natürlich, das muss man auch kritisieren, aber ich würde es nicht ganz so hochhängen wollen, letztendlich. Gut, klar, wird auch nicht, weil es gut ausgegangen ist. Also, ich glaube, ich würde auch eher über das Wie in dem Fall kommen, weil du kannst ja sagen, wir haben jetzt nur ein Receiver-Problem. Und Beckham, der Beckham-Ausfall, das war ein eklatantes Thema. Wir haben das im Spiel auch mehrfach thematisiert, genau. Weil er natürlich nicht nur mit, also zum einen, du hast ja gesagt, hat er natürlich mega viele Plays gleich zu Beginn des Spiels oder zwei Big Plays gleich zu Beginn des Spiels gemacht. Aber er ist eben wirklich der Spieler, der diese Offense vertikal öffnet. Wenn sie ihn isolieren können auf einer Seite mit diesen drei Receivern auf der einen Seite und Beckham isoliert auf der anderen Seite, das gibt ihnen, wenn Beckham da nicht da ist, wenn Jefferson steht oder dann Ben Skowronik irgendwie die Plays machen muss, das verteidigt die Defense natürlich auch völlig anders. Und das hat man extrem gemerkt. Und das hat ihnen im Passspiel schon den Zahn gezogen. Und ganz ehrlich, das muss man vielleicht noch mal unterstreichen, dass die Rams zum Ende dieses Superbowls, zum Ende dieser Saison, drei der besten Passcatcher-Optionen nicht mehr zur Verfügung hatten. Robert Woods nicht zu vergessen, OBJ, der dann neu mit dazugekommen ist, wichtige Rolle hatte. Und Tyler Higby war ja auch nicht mit dabei. Es war ja quasi nur noch Cooper Cup als etablierte Stütze dieser Passing-Offense. Und dann fand ich es insofern ganz gut, weil du hast dich ja das ganze Spiel übergefragt, ja, wo ist denn Cooper Cup? Klar, da war der eine Touchdown, da war irgendwie der Fourth-Down-Run. Okay. Du hast die ganze Zeit gefragt, okay, wann forcieren sie es? Und dann letztendlich haben sie es im entscheidenden Drive forciert und wirklich die Bälle zu Cooper Cup erzwungen, weil sie wussten, okay, mit den anderen lösen wir das hier nicht mehr. Die Bengals fokussieren sich zwar auf Cooper Cup, aber jetzt muss er es regeln und er hat es geregelt. Also auch da finde ich strategisch das nicht schlecht gemacht, im Angesicht der ja wirklich nicht optimalen Umstände, wenn man das mal bilanziert, wie viele Leute da dann letztendlich ausgefahren sind. Ja, absolut. Ich hätte mir mehr Kreativität halt gewünscht im Umgang mit dieser Problematik, weil McVeys Antwort war ja im Prinzip, wir suchen durch die Mitte zu rennen und vertrauen unserer Defense so ein bisschen, bis dann irgendwann halt der Drive kommt, wo es mit Cup funktioniert. Und wie gesagt, es ist gut gegangen. Haben sie sich beide nicht viel gegeben, ne? Ja, genau. Es ist gut gegangen am Ende. Aber ich, da hätte ich mir von McVeys ein bisschen mehr, also du kannst ja auch auf andere Wege so zu diesen kurzen Plays kommen und sagen, hier vier Yards und hier drei Yards und hier fünf Yards. Aber klar, wie gesagt, am Ende ist es gut gegangen und ich fand's auch in dem, also man muss viel die Bengals-Sievens auch loben, auch in dem Spiel, aber da fand ich gerade bei diesem letzten Drive, hat's mich schon ein bisschen gewundert, dass die Cup dann nicht an irgendeinem Punkt konsequenter gedoppelt haben, sondern dass sie immer noch viel in diesen entweder Zone-Goverages waren, wo er dann underneath diese kurzen Pässe oft gekriegt hat, oder eben eins gegen eins dann mit beispielsweise Eli Apple und das natürlich ein Matchup, was die Rams sehr gerne nehmen. Ja, Eli Apple wurde, ja, kalt erwischt auf jeden Fall, nachdem er ja auch den Mund sehr weit aufgemacht hat während der Playoffs. Müssen wir aber nicht viel mehr über Zach Taylor auf der anderen Seite sprechen, weil der hat ja definitiv auch seine Fehlerchen gemacht und da ist es nicht gut gegangen, weil wenn wir davon reden, stumpf durch die Mitte zu laufen, auch das haben wir bei den Bengals gesehen, wir haben es ja fast befürchtet. Hier hat es ja ab und zu sogar mal geklappt. Ich finde, und vor allem hat Joe Mixon, finde ich, sehr viel aus sehr wenig gemacht. Er hatte ganz oft wenig Platz zur Verfügung, hat trotzdem noch positive Yards rausgeholt. Das ein oder andere in Anführungszeichen Big Play, also das waren jetzt keine Mega-Runs, aber im Vergleich zu den Rams waren das schon fast Big Plays am Boden. Ja, so acht, zehn, zwölf Yard-Runs, ja. Ja, waren da schon mit bei. Und gleichzeitig, wir haben erwartet, dass viel über die Mitte geht. Usama hat gespielt, Tyler Boyd, Tee Higgins über die Mitte des Feldes. Und letztendlich war es dann so, die Bengals haben irgendwie weiterhin auf ihre Big Plays über die Außen, über die tiefen Pässe gehofft und ansonsten kaum den Ball bewegen können, was sie am Ende gekillt hat. Und ich finde, bevor wir über Sean McVay sprechen, der das Spiel gewonnen hat und Super Bowl Champion ist, müssen wir doch eher über Zach Taylor reden, der in Sachen Play-Designs, Play-Calls und so weiter auch keine gute Figur gemacht hat. Ja, das trägt natürlich irgendwo auch dazu bei. Klar, es sind die Verletzungen auf der einen Seite, aber dass wir halt beide Coaches jetzt hier auch so ein bisschen kritisieren, trägt natürlich auch dazu bei, dass das Spiel nicht unbedingt hochklassig war. Weil du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr hättest rausholen können in beiden Fällen. Aber natürlich hast du völlig recht, Zach Taylor muss man da auch ansprechen. Vor allem eben, wenn du mir jetzt nur Fragmente gezeigt hättest vor diesem Spielverlauf und ich hätte gesehen, okay, Chase hat wirklich mehrmals auch Ramsey geschlagen. Ramsey generell hat jetzt nicht unbedingt seinen besten Tag, auch wenn die Stats natürlich blöder aussehen, als sie eigentlich hätten sein sollen. Ich wollte gerade sagen, also komm, der hat so oft Chase eins gegen eins gut verteidigt und klar, er hat ein paar unglückliche Plays und dann beim Touchdown sieht er auch noch unglücklich aus, was aber nicht sein Fehler war. Ja, ist halt als Corner blöd immer, wenn du halt ... Man sieht nur die schlechten Plays. Nee, aber also Chase hat ihn ja ein paar Mal geschlagen und Higgins hatte ein Big Play. Und wenn du mir das gezeigt hättest, dann hätte ich gesagt, okay, die Bengals sind auf einem ganz guten Weg. Vor allem auf der anderen Seite, die Rams, die hatten im Prinzip, was das Passspiel angeht, hatten die ein Big Play, das war das zu Odell Beckham, der 35 Jahre, das war das eine Big Play, was die hatten. Ansonsten eigentlich relativ, also war es halt viel so, mit der Henderson hatte ein, zwei ganz gute noch. Ja, Henderson, der berühmt-berüchtigte Passcatcher. Ja, der sie auch vertikal auf einmal angespielt haben. Kam auch irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Aber die Bengals hatten die Big Plays und sie konnten den Ball am Boden einigermaßen bewegen. Das hast du ja gerade gesagt. Mixen jetzt nicht 200 Yards Rushing oder so was, aber es waren hier und da immer wieder First Downs am Boden und mal ein 8-Yard-Run, ein 12-Yard-Run und so was. Wenn du mir das gezeigt hättest, hätte ich gesagt, okay, die Bengals sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und die Komponente, die mir dann komplett gefehlt hat und die in der zweiten Halbzeit ich mir nicht erklären kann, warum die nicht da war, war dieses explosive Screen Game, was Cincinnati eigentlich in diesen Playoffs immer wieder gezeigt hat. Und sie an sich schon viel, finde ich, dafür vom Setup her vorbereitet haben, gewissermaßen. Eben dadurch, dass sie ein paar Shotplays gesetzt haben, dadurch, dass sie den Ball ein bisschen laufen konnten. Du hättest es eigentlich kombinieren können. Und sie sind ja auch in der zweiten Halbzeit dann häufiger in diese engen Formationen gegangen. Wo ich ehrlicherweise den Eindruck eben hatte, dass das, ja, das ist eigentlich der Protection und auch Burrow eher noch teilweise Probleme bereitet hat, als wenn sie diesen Spread-Formationen waren, wo er den Ball dann schnell verteilen kann. Und ich hab so ein bisschen drauf gewartet, okay, wo kommen jetzt, wo ist mal so der Trick, Jamar Chase, End-Around oder Jamar Chase, Screen oder so. Was wir schon gesehen haben. Genau, was wir in jedem Playoff-Spiel-Array, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber in den beiden anderen auf jeden Fall gesehen haben. Und das Element hat mir einfach total gefehlt bei Cincinnati. Das, was die Rams am Ende gemacht haben, den Ball in die Hände des besten Playmakers zu erzwingen, das hat man bei den Bengals einfach nicht gesehen. So, wie du schon gesagt hast, es gab Momente in anderen Spielen, wo einfach jedes Play über Jamar Chase lief. Und egal wie, sie haben den Ball in seine Hände bekommen. Und nicht eben nur mit den langen Bällen. Ja, ich finde, die Bengals haben viel zu wenig rausgeholt. Klar, es ist eine schwierige Defense. Joe Burrow dann auch am Ende angeschlagen. Auch nicht sein allerbestes Spiel gemacht. Aber trotzdem, da hätte viel mehr gehen können. Ich hab gerade noch mal spaßeshalber geguckt. Die Rams Running Backs, nur die Running Backs, hatten durchschnittlich 1,4 Yards pro Rush. Das ist natürlich sehr wenig. Auf der anderen Seite, Joe Mixon hatte 4,8. Also, den Ball besser laufen konnten die Bengals, auch wenn man das vielleicht so nicht erwartet hat. Haben wir schon über deinen dritten Takeaway gesprochen? Den hatten wir schon so ein bisschen implizit mit drin. Der dritte Punkt für mich einfach eben war dieses, wenn sie, als sie dann Probleme hatten, haben die Stars die Plays gemacht für die Rams. Eben Kapp, der diesen Touchdown-Drive dominiert. Donald natürlich, der das Spiel dann beendet im Gegenzug. Und Kapp eben, du hast ja auch schon gesagt, er war im Prinzip über einen weiten Teil des Spiels dann doch relativ abgemeldet, durch die Beckum-Verletzung eben auch. Aber sie hatten letztlich als Team die Rams dieses Jahr. Sie hatten den besten Receiver in dieser Saison und sie hatten den besten Verteidiger diese Saison. Und letztlich bei Kapp, das muss man vielleicht auch noch mal einfach ganz kurz hervorheben, das war eine historische Saison, die wir von ihm gesehen haben. Der ist der erste Receiver aller Zeiten, der die Liga in Catches, Yards und Touchdowns anführt und Offensive Player des Jahres und Superbowl-MVP in einer Saison wird. Das hat es noch nie gegeben. Das ist Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, der Beckum-Ausfall hat dieser Offense krass einen Rad weggerissen. Dass sie am Ende halt Kapp haben, auf den sie sich verlassen können, das ist natürlich so eine Trumpfkarte, die nicht viele Teams haben. Und das, obwohl ja wirklich so viel weggefallen ist. Gehst du, wäre es auch deine Wahl gewesen, Cooper Kapp zum Superbowl-MVP zu machen? Es kann ja nur Kapp oder Donald sein. Und ich finde, Donald hat die zweite Hälfte mehr dominiert. Ich sage trotzdem, ich sehe in diesem Spiel, wenn ich auf die zweite Hälfte von diesem Spiel schaue, dann sehe ich eher ein Szenario, in dem die Rams das Spiel ohne Donald gewinnen, als dass sie es ohne Kapp gewinnen. Weil sie den Ball einfach überhaupt nicht mehr bewegen konnten. Deswegen fand ich es okay, das so zu machen. Aber da würde ich mit niemandem groß diskutieren. Weil es kann ja nur einer der beiden sein. Oder hättest du irgendwen anders genommen? Nein, nein, nein. Ich war tatsächlich etwas überrascht, dass es Cooper Kapp wurde. Wobei ich auch finde, dass es da kein richtig oder falsch gibt. Ich war mir relativ sicher, dass es Aaron Donald wird, der einfach wirklich diese zweite Halbzeit so sehr geprägt hat und am Ende das Spiel geklincht hat. Aber das ist das, was ich gesagt habe. Du wirst als Defense-Spieler nur MVP, wenn du ein Turnover irgendwie mit dabei hast. Wenn du ein Turnover forst oder eine Interception. Und selbst ein Malcolm Butler ist es, glaube ich, nicht mal geworden, der eine Game-Clinching-Interception gefangen hat. Also, du brauchst, glaube ich, als Defensive-Spieler, was hatte Donald am Ende? Zwei Sacks, zwei Tackles for loss. Und dann halt am Ende dieses ... Acht Pressures oder so was habe ich auch schon gesehen. Ja, aber das zählt ja bei der NFL leider nicht. Pressures werden ja gefühlt gar nicht gezählt. Dieser Tackle, mit dem er überhaupt das 4th Down erst erzwingt, das war schon der Wahnsinn, wie er da noch rankommt und ihn noch mal so zurückzieht. Eigentlich dachtest du schon, der kommt durch und dann ... Du musst dir vorstellen, das ist ein NFL-Spieler, das ist ein physisches Monster, auch wenn es Samadji Piran ist, der jetzt vielleicht nicht der krasseste Überathlet ist. Aber das ist trotzdem ein NFL-Spieler, der läuft vor dir weg und du nimmst ihn und hältst ihn fest und ziehst ihn einfach nach hinten um. Das alleine ... Normalerweise sieht man so was, wenn da irgendwie drei Leute dranhängen und so einen Running Back nach hinten ziehen. Ja. Das ist eine so unfassbare Maschine. Ich fand auch einen, ich weiß nicht, das war kurz davor ein Play, da war er gefühlt gegen drei oder gegen zwei und er springt und räumt einen so zur Seite. Dann gab's dieses eine Play, wo er den Tack hatte nach Millisekunden, wo der Garth schon stolpert, obwohl ihn Aaron Donald noch gar nicht berührt hat, weil einfach, weil der kommt so aus diesem Stand geschossen. Aber das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Es gab dann Gerüchte vor dem Spiel, dass Aaron Donald darüber nachdenkt, nach dem Superbowl seine Karriere zu beenden. Und ich hab ja auch bei Twitch ein Watch-Along gemacht, wurde mehrfach dazu gefragt. Und ich, für mich wär's ein großer, großer Verlust, wenn wirklich der beste Defense-Spieler, manche sagen der beste individuell betrachtete Spieler der ganzen NFL, also der beste Spieler im Allgemeinen der NFL der letzten Jahre, hört auf. Und vor allem, weil der ja auf einem Niveau noch bestimmt mehrere Jahre spielen kann, auf dem es die Wenigsten machen können. Und so, was glaubst du, wie sich das Ganze entwickelt? Und wie siehst du vor allem die Zukunft der Rams allgemein? Er war ja sehr ausweichend, muss man sagen, nach dem Spiel, als er da dazu gefragt wurde. Also er hat auf keinen Fall ein klares Bekenntnis von wegen, dass es Quatsch, ich mache weiter in die Richtung. Und der Bericht war ja auch in der Vorberichterstattung bei NBC dann, war ja auch so nach dem Motto, ja, Donald hat, ich weiß nicht mehr genau, leider die Quelle, wer das gesagt hat, aber es war on camera. Also findet ihr auch auf jeden Fall auf Twitter. Ähm, so nach dem Motto, ja, Aaron Donald hat mir gesagt, dass er überlegt aufzuhören. Also es war ein klares So, Aaron Donald hat das mir gesagt nicht, ich habe aus seinem Umfeld gehört, das vielleicht, sondern er hat mir gesagt, dass er überlegt aufzuhören, wenn sie gewinnen. Ähm, also zum einen ist er, er ist der dominanteste Verteidiger seiner Generation. Das ist schon mal völlig klar. Und selbst wenn er jetzt aufhören würde, ist er ein Instant Hall of Famer in meinen Augen. Also das wäre dann natürlich ein spannender Case, wenn dann Brady, Gronkh, äh, Big Ben und Aaron Donald alle im gleichen Jahr aufhören. Ähm, und alle dann ... Äh, wenn, wenn, wenn ein, wenn ein Ben Roethlisberger vor Aaron Donald in die Hall of Fame kommt, dann weiß ich leider auch nicht. Ja, das wäre dann, das wäre dann interessante Diskussion. Aber ich fand es interessant eben, weil es ja auch die Berichte parallel zu Sean McVay gab, Ende der letzten Woche. Und er hat sich ja dann auch ein bisschen geäußert gehabt dazu, dass er vielleicht auch auf, auf Sicht mal eine Pause vom Coaching zumindest machen könnte, weil er eben auch sagt, ja, er will eigentlich auch eine Familie gründen und er will noch Zeit dafür haben. Und die hast du natürlich nicht in dem Sinn, oder nicht in dem Ausmaß zumindest als NFL Head Coach, jedenfalls nicht während der Saison. Vielleicht eben, dass wir da, dass da Leute auch einfach eine andere Generation, als jetzt noch die davor ist, die eben auch an irgendeinem Punkt sagt, ich hab, ich bin im Reinen mit mir, mit meiner Karriere, ich hab das erreicht, was ihr erreichen wollt, ich hab einen Titel und, ähm, ich bin gesund, ich hab mehr als genug Geld. Ich kann jetzt mit einem, mit einem, mit einem, guten Gewissen sozusagen da weggehen und sagen, damit bin ich, damit bin ich im Reinen, damit hör ich auf. Weiß nicht, ob's wirklich so kommt. Ich hatte, mein Eindruck war einfach nur, das ist einfach jetzt nur ein Bauchgefühl, Interviews angeschaut, gehört und so, ähm, dass es bei Donald wirklich sein könnte, dass der jetzt Schluss macht. Ja, also gerade, wenn er verloren hätte, weiß ich nicht, wär ich skeptisch gewesen. Dann nicht, glaube ich. Jetzt mit dem Sieg ist halt diese Karriere eigentlich vollendet. Sie wäre sehr, sehr unvollendet. Und irgendwie hätte man ein unbefriedigtes Gefühl gehabt, wenn ein Aaron Donald, der über Jahre einfach so eine prägende Figur war in dieser Liga, ähm, dann ohne, ohne Ring da rausgeht, obwohl er zweimal die Chance hatte. Ja, ich will's auch nicht ausschließen so. Ich mein, wir haben's auch von anderen Spielern gesehen, es ist immer mehr, ja, auch akzeptiert irgendwo, dann, dann frühzeitig seine Karriere zu ändern, bevor irgendwie die Leistungskurve nach unten zeigt. Ähm, und wir haben's bei Luke Kügli gesehen, der es ganz offen zugegeben hat, dass, dass er nicht mehr will, dass sein Körper nicht mehr mitmacht. Wir haben's bei Andrew Luck gesehen und bei anderen auch. Also, ähm, ja, ich möcht's auch nicht ausschließen. Ähm, auf der anderen Seite, beziehungsweise noch nicht auf der anderen Seite, sondern noch bei den Rams, ähm, war das jetzt, das eine Jahr, war das die entscheidende Chance? Ich hab's jetzt mal ganz abgesehen davon, ob Aaron Donald aufhört, ob Sean McGuire aufhört. Der Roster ist halt für dieses Jahr gebastelt worden. Ähm, wie glaubst du, wird, wird man nächstes Jahr irgendwie noch mal versuchen, alles zu pushen, ähm, ja, den bestmöglichen Roster irgendwie auf die Beine zu stehlen, um vielleicht eine Titelverteidigung anzuvisieren? Oder war's das jetzt schon mit dem, mit den All-Star-Rams? Nein, ich glaub, solange, also Donald, vielleicht, vielleicht klammern wir Donald mal ein bisschen aus, aber solange McVay und Stafford da sind, denk ich, dass sie auch in dem Sinne All-In bleiben, so wie sie's ja jetzt seit vier, fünf Jahren eigentlich sind. Und klar, dieses Jahr war dann der, der absolute Höhepunkt davon, auch in der Art, was sie dann noch gemacht haben, Stafford, Trade, logischerweise, aber auch eben dann, dass sie noch Von Miller holen, dass sie noch Beckham holen. Also wirklich, ja, Spieler, die dann diesen Playoff-Run mitgeprägt haben, die irgendwann im, weiß gar nicht, Oktober, November dann verpflichtet wurden. Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich, das war schon die Spitze von dem Ganzen. Die Rams entstand jetzt 13 Millionen ungefähr über dem Cap. Ähm, sie haben viele angehende Free Agents, die auch Starter sind, Beckham und Von Miller natürlich unter anderem, aber auch, wenn wir in die Offensive-Line schauen, Austin Corbett, Brian Allen, Defensive-Line, Sebastian Joseph Day, Darius Williams, der zweite Starting-Corner. Die werden nicht alle halten können davon, da wird's wieder ein bisschen einen Aderlass geben. Ähm, sie verlieren wieder Coaches, werden ja ihren Offensive-Koordinator an die Vikings verlieren. Es gab auch der, auch der Defensive-Koordinator war jetzt schon, war jetzt Ray Morris, war jetzt in, in Gerüchten schon wieder mit drin. Also auch eine Chance, dass der perspektivisch dann eher, ähm, wieder weggeht. Da ist dann, da ist schon wieder so ein krasser Aderlass einfach, was ein Stück weit auch normal ist für einen Superbowl-Sieger. Ich sag mal so, ich glaube, dieses Jahr war ihre beste Chance. Und die haben sie genutzt. Und damit bist du erst, sagst du erst mal, hat sich gelohnt. Ja, wir sind zufrieden mit, und wir haben diese Investments gemacht, und wir haben das bekommen, was wir haben wollten. Ähm, wenn aber jetzt McVay, Stafford zurück sind, sie vielleicht einen dieser Top-3-Agents halten können von ihren eigenen, und vielleicht ein, zwei ihrer Roleplayer auch halten können, dann werden die nächstes Jahr wieder ein Mitfavoriten in der NFC sein. Und da hab ich relativ wenig Zweifel, weil dieses Team ist einfach immer noch sehr, sehr stark besetzt. Ja, und deswegen glaube ich auch irgendwie nicht, dass Aaron Donald aufhört. Wenn die alle bleiben, wenn du wirklich siehst, okay, die ganzen Säulen des Teams bleiben, wir werden nächstes Jahr zumindest zu den Titelkandidaten gehören können, die Chance auf den zweiten Ring lässt man sich doch nicht entgehen. Da wird er jetzt ein paar Tage Ruhe brauchen, mal durchschnaufen, alles verarbeiten und dann, glaube ich, hat er wieder Bock. Ähm, auf der anderen Seite die Bengals, sehr, sehr junges Team, ich hab's am Donnerstag schon gesagt, jüngstes Superbowl-Team seit 1980. Für die geht doch gerade erst das Titelfenster so richtig auf, oder glaubst du, das war ein One-Season-Wonder? Also die Gefahr ist natürlich, sich genau in dieser Prognose so ein bisschen zu verlieren, weil es ist einfach so wahnsinnig schwer, in den Superbowl zu kommen. Und man kann halt letztlich nie sagen, na ja, die Bengals, die werden Burrow, Chase, die werden sie ja in den nächsten fünf Jahren noch ein, zwei Mal im Superbowl stehen und in den nächsten zehn Jahren vielleicht ein, zwei gewinnen. Weil das haben wir zu häufig gesehen. Die Beispiele sind einfach zu häufig zu prominent auch von Quarterbacks, großen Quarterbacks, die dann letztlich nicht nur einen gewonnen haben, sondern auch nur einen gespielt haben. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Drew Brees, Aaron Rodgers, Dan Marino, wäre so das Parade-Parallelbeispiel gewissermaßen zu Burrow. Auch so dieser junge Quarterback, früh, ich glaube sogar auch im zweiten Jahr, dritten Jahr, im Superbowl gestanden und dann nie wieder zurückgekommen. Und deswegen muss man einfach, mit diesen Prognosen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Wenn wir jetzt aufs Papier, aufs Roster-Building, auf das, was möglich ist, gucken, dann sieht die Zukunft natürlich wahnsinnig rosig aus. Die haben den drittmeisten Capspace in der NFL. Ein junges Team, was sich noch entwickeln kann. Die sollten eigentlich stärker werden. Du hast klar definierte Baustellen. Angefangen natürlich mit der Offensive Line. Und du kannst diesen Capspace investieren, um die O-Line deutlich zu verbessern. Und das auch, selbst wenn du sagst, du holst dir nur zwei, drei so Mid-Level-Veterans, dann hast du deinen O-Line schon massiv verbessert im Vergleich zu jetzt. Und sie haben auch keine kritischen eigenen Free Agents. Also für die beginnt jetzt schon so wirklich diese Phase. Wir hatten ja auch in unseren Awards drüber gesprochen, als es darum ging, welche Teams haben so die beste Zukunftsprognose für die nächsten fünf Jahre. Da gehören die Bengals schon mit rein. Gleichzeitig sag ich eben auch, zum einen Vorsicht mit diesen Superbowl-Predictions, weil es gehört einfach ... Selbst die Bengals jetzt dieses Jahr, wir haben es ja auch immer wieder gesagt, die sind so ein bisschen über ihre eigenen Prognose, die sind so ein bisschen dem Zeitfenster voraus. Es gehört immer auch irgendwo Glück mit dazu, dass man in den Superbowl kommt. Und mal mehr, mal weniger. Bei den Rams gilt das Gleiche. Die Rams hatten auch in einigen Spielen Glück, dass sie in den Superbowl kommen. Ja, du brauchst es immer. Und vor allem möchte ich aber bei den Bengals festhalten, das, was du schon gesagt hast, du kannst dich nicht darauf verlassen. Wenn die sportlich nichts ändern, dann werden sie auch mit einer besseren O-Line nicht der Stammgast im Superbowl sein. Weil dafür ist es mir zu sehr auf Big Plays aufgebaut, auf die Eins-gegen-eins-Situation. Das kannst du ... Klar, das kann dann mal in so einer Saison richtig gut laufen, wo Jammer Chase irgendwie so eine absurde Route-Per-Run Werte hat, das kannst du kaum aufrechterhalten. Wenn die da nicht irgendwie was ändern und ein bisschen mehr Kreativität mehr reinbringen, so ein bisschen mehr Kreativität ins Scheme reinbringen, ins Playdesign, dann sehe ich die nicht auch mit einer besseren O-Line automatisch wieder im Superbowl. Nee, also gehe ich voll mit. Ich würde es so formulieren. Ich denke, die Bengals müssen sich jetzt steigern in verschiedenen Bereichen. Individuelle Qualität in der O-Line. Zack Taylor, offensives Playdesign, all diese Sachen. Sie müssen sich steigern, damit sie überhaupt dieses Level eben halten. Also, dass sie wieder Division gewinnen können, dass sie den Titel verteidigen können. Viel mehr geht ja eigentlich auch nicht, ne? Genau, eben, genau. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und wahrscheinlich, es wird nächstes Jahr wieder ... Die Ravens werden wahrscheinlich wieder stärker sein, wenn sie nicht so viele Verletzungen haben. Die Browns, mal gucken. Mal schauen, was Pittsburgh auf Quarterback macht. Und die AFC generell ist wahnsinnig stark. Bills, Chiefs, diesen Teams sind sie jetzt dieses Jahr zum Beispiel. Da haben sie den Chiefs, haben sie in den Playoffs getroffen. Aber jetzt diese anderen Hochkaräter, die Bills haben sich vorher halt schon verabschiedet. Andere Teams werden auch stärker werden. Chargers zum Beispiel. Ravens eben, wie gesagt, werden wieder besser sein. Also, es wird ja nicht leichter, in der AFC in den Superbowl zu kommen. Und da ... Das soll jetzt nicht Bengals-Fans irgendwie total noch den letzten Rest am Montagmorgen nach dem Superbowl wegnehmen. Aber ich glaube, das ist einfach eine gesunde Erwartungshaltung, um in die Offseason zu gehen, dass du eben sagst, wir haben klare Baustellen, die müssen wir angehen. Selbst wenn wir die gut angehen, müssen wir erst mal schauen, dass wir das halten, was wir dieses Jahr gespielt haben. Also, mir würden da einige auch AFC-Fangruppen einfallen, die ein deutlich schlechteres Gefühl haben sollten als die Bengals-Fans. Das ist richtig, ja. Also, die können froh sein, dass dieses junge Team überhaupt im Superbowl mit dabei war, dass man das erleben konnte. Und klar ist man traurig, wenn man das verliert, aber das war mehr, als was man sich eigentlich vor der Saison erträumt hat. Wir müssen noch über die Halftime-Show sprechen, auch wenn wir schon über eine halbe Stunde sind, Adrian. Wir müssen noch kurz über die Halftime-Show sprechen. Hast du sie überhaupt schon gesehen? Ich hab sie größtenteils gesehen, ja. Und du klingst nicht gerade begeistert? Also, ich fand's okay. Ich bin sehr auf deinen Take gespannt, muss ich sagen. Ich fand's okay. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Ich fand, Eminem war das klare Highlight. Als Eminem angefangen hat, fand ich, das war so das, wo's so ein bisschen ins Kochen kam. Ich weiß es auch nicht genau. Irgendwie, vielleicht ist es wieder ... Wir haben doch darüber gesprochen gehabt mit der Halftime-Show in San Francisco, dass es einfach komisch ist, wenn's hell ist. Vielleicht hat mich das gestört, aber irgendwie ... Also, wie gesagt, okay, aber der Funk ist bei mir nicht so richtig übergesprungen. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Ich fand sie auch gut. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen Gänsehaut und als Dre und Snoop Dogg und dann noch 50 Cent als Überraschungsgast. Überragend. Und es war gut. Es war viel live. Von der Band war einiges live. Es kam ein bisschen was vom Band, aber auch gesungen und gerappt wurde live. Das fand ich schon mal gut. Ich hätte so gedacht, dass Mary J. Blige oder gerade so ein 50 Cent sich das nicht antut. Aber haben sie. Fand ich gut. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, dass so die Banger haben gefehlt. So dieser letzte, der Wow-Effekt. Und ich glaube, ich kann es auch erklären, weil am Anfang, der Beginn war geil, alle haben es gefeiert und ein cooler Anfang. Dann bei Mary J. Blige, das war auch nicht schlecht, aber da ist so ein bisschen die Luft rausgegangen. Und dann bei Kendrick, ich hab's ja gesagt, überragender Live-Künstler. Ich mag den super, super gerne. Aber der Song war es nicht. Also, die Songauswahl auch bei Mary J. Blige, das war so, ey, du hast hier fünf, sechs, absolute Musik-Rap-Größen. Und das ist eure Songauswahl. Du musst eigentlich Banger an Banger an Banger an Banger. Und das war es halt irgendwie nicht. Ich glaube, du hättest eine Viertelstunde lang durchpowern können. Wen ich allerdings nicht verstehen kann, sind Leute, die jetzt sagen, wie Eminem, nur ein Song, nur Lose Yourself. Warum das denn? Ja, es war ja keine Eminem-Halftime-Show. Hä? Natürlich war es nur ein Song. Ich glaube, das kam halt so ein bisschen daher, dass er, also wahrscheinlich ging es vielen Leuten dann so ein bisschen wie mir, dass man den Eindruck hatte, bei ihm geht's so richtig los jetzt gerade. Und dann hatte man sich irgendwie gedacht, na ja, da hätte man vielleicht noch einen machen können. Aber klar. Man hätte das noch mehr auf die absoluten großen Banger-Songs bringen können. Und dann, glaube ich, wäre es ein bisschen ... Es war nicht ganz so energetisch. Ja, ja. Es war so ein bisschen dann so vor sich her geplätschert. Und klar, am Anfang und am Ende ... Haft er schon im Hellen, ey. Ich sag's dir, das ist ... Ja, natürlich atmosphärisch. Ja, das ist einfach nicht da. Dass Kendrick Lamar nicht humble gemacht hat, das ist mir ein absolutes Rätsel. Das war nicht der Song dafür. Aber gut. War trotzdem nicht schlecht. Nein, es war nicht schlecht. Ich war sehr gut unterhalten. Auf keinen Fall. Es war auf keinen Fall schlecht. Das war unser Super Bowl 56 Recap. Eure Meinungen zu diesem Spiel, zu den Ramps, zu den Bengals, auch zur Zukunft der beiden Teams gerne. Bei Instagram, bei Twitter, in die YouTube-Kommentare und sonst überall, wo es geht. Vielleicht auch in eine Bewertung. Bei Spotify kann man bewerten. Bei iTunes könnt ihr sogar noch was dazu schreiben. Ansonsten sehen wir, beziehungsweise hören wir uns ja schon am kommenden Donnerstag-Video. Und dann starten wir mit Off-Season. Weißt du aus dem Kopf, was wir geplant haben? Nee, das ist mein Kopf zu matschig. Aber es ist so die erste Off-Season-Folge. Wir werden nicht mehr auf den Super Bowl schauen. Das ist damit abgehakt. Die Saison ist damit abgehakt. Wir gehen dann Richtung Off-Season. Das war's für heute. Es war wieder keine Short-to-Short-Folge. Aber das kennt man mittlerweile. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Schlaft euch aus, bleibt gesund. Und wir hören uns Donnerstag. Ciao.